Unter dem Aspekt der Vernunft betrachtet, ist ein Automobil ein technisches Gerät zur Fortbewegung. Unter dem Aspekt der Ästhetik gesehen, ist ein Automobil auch ein Ausdruck individueller Lebensqualität. In diesem Sinne kann Ihnen BMW jetzt ein besonderes Angebot machen. Die BMW Dreieredition. Die Modelle der Dreieredition verbinden elegantes Design, vor allem mit einer exklusiven, reichhaltigen Ausstattung. Manchmal bekommt man eben mehr, als man gibt. Näheres darüber erfahren Sie bei Ihrem BMW-Händler.